Was geht YouTube und herzlich Willkommen zurück zu einer Episode Modern Combat. Dabei sind heute sind einmal der Gaps. Hallihallo. Und natürlich der Dösi. Hallöchen. Ok, gut, haben wir überhaupt schon Gegner? Ja, zwei mit extrem coolen Namen. Echt? Nice. Jetzt kommen mehr rein, jetzt geht's los. Ok, ich mach mal die Begrüßung, ja? So. Was geht YouTube und herzlich Willkommen zurück zu einer Episode Modern Combat. Dabei sind heute sind einmal der Gaps. Hallihallo. Und natürlich der Dösi. Hallöchen. Und wir spielen jetzt natürlich hier eine Runde Teamkampf auf seine Verlängerung. Und oh mein Gott, da kommen schon zwei... Oh mein Gott, das hängt schon wieder schlecht an. Ja, die letzte Folge ist schon etwas länger her. Ich weiß, die Abwechslung ist zur Zeit auf Scorpion Plays etwas gelitten, weil ich einfach so viel Black Ops 2 spiele. Fürs C-Loss Event. Er quickscoped mich! What the fuck? Ich spiele weiter in meine... Ich glaube, jemand hat zwei Gegner rein und stirbt deswegen. Ich laufe natürlich hier mit meiner Lieder einen Elsa drum. Nur Homo und so. Nur Homo und so. Ich weiß nicht, was die Haffe wirklich heißt. Ah! Ist die Abwechslung jetzt in unserem Team? Der jetzt reingejoint ist. Weiß nicht, ich hoffe. Clan-Member von mir. Dann sollte er dich halt eigentlich nicht abfucken. Das wäre schon sehr sehr frech. Ja, echt frech. Er ist in unserem Team. Gut. Perfekt. Ich will gewinnen. Oh fuck, da oben sind sie. Seid ihr oben? Wtf wurde gesnipet. Wtf wurde gesnipet. Wtf wurde gesnipet. Gegenanlage machen wir sowieso etwas an. Oh, da oben, da oben. Ich will hinter einem. Ich will hinter einem. Easy kill. Okay, weiter. So, ich mache jetzt hier nur triple nuclear fresh. Ich bin gesnipet, ich bin gesnipet. Einfach Granatenspam. Hat mich schon wieder gesnipet. Granatenspam, falls einer rauskommt. Ich verspreche nicht, weil das... Terrible nicht, weil... Nur da ist einer. Und... Kill. Double kill. Oh mein Gott. Was geht ab, Alter? So schlecht. Ich krieg den einfach nicht. Was ist los mit dem? Hat der Unendlichkeitsleben. Ich habe Aufklärungsflugzeug. Jungs, ich mache jetzt hier die triple nuclear fresh. Was sagst du? Ich gebe ihm halt drei Magazinen und der schluckt einfach weiter, ne? Zum Kotzen. Wie ich einfach den Double kill raushaue, juckt mich persönlich jetzt. Ich habe ihn gefehlt. Knapper kill. Ja. Ich halte natürlich nicht nach mit 36 Schuss. Ich gebe ihm mal... Optimistisch... Oh nein. Alter, das sind ja nur Abfucker hier gerade da. Oh mein Gott, ich habe Angst, dass jetzt hier einer kommt. Oha, Headshots mit dir. Hey, mein Handy lag. Ja, das lag gerade übel. Ne, meine App ist abgestürzt. Oh shit. No, no, no. Hä, wieso stürzt du es einfach ab, hä? Handy halt heiß gelaufen. Es ist aber nicht mal so heiß. Ja, dann starte ich auch neu. Ganz Handy abgestürzt. Ganze. Also löschen, oder? Da war also chill mal. Mein Gott. Nein, ich würde es vielleicht einfach drin lassen, dann anfangen kurz. Ja, ich lasse es auch so einfach. Wir spielen dann ja einfach weiter. Ich will nur für ein Double kill. Oh. Das stürzt du einfach so frech ab, ne? Voll frech. Das stürzt du einfach so frech ab, ne? Boah, die kämpfen ja wie Sau, das ist ja nicht mehr witzig. War das ein Triple kill? Nice. Was ist los mit denen, hä? Was ist los mit denen, hä? Na, die sind dann. Ich weiß, was passiert ist. Man kann ja nur PS3 Controller anschließen, ne? Anscheinend gibt er PS4, aber... Ich erkenne mich nicht so mit der Auswahl, weil ich keinen PS4 hab und dementsprechend das nicht gemacht hab. Ich frage mich aber, wie das gehen soll, also wo man das dann anschließen soll. Gibt's sicherlich YouTube-Touchs dafür. Ich glaube mit Bluetooth. Ach komm, die Nades spacken doch alle, Mann. Also mit Bluetooth, dann wär's ja voll einfach. Ja, und wir sollten die J-Breaks haben. Ja, mit J-Breaks geht's sicher. Oh oh. Oh oh, ich bin allein im Gegnerspawn. Aber es kommt natürlich Nades, ist ja klar, oder? Erst Frack am Start. Ja, genau. Alles klar. Gut, wechseln wir Lobby. Wurde ich wieder eingeloadet? Ja. Hops gesehen. Ja. Das ist wie ein Nachtschweiner gewesen. Sonst wird gesnipet auf Dächer. Ja. Wie oft spielst du eigentlich immer ankommen, also wieviel so pro Tag? Momentan gar nicht. Weil studieren vorgeht. Klausur und Zeit gerade. Aber du weißt schon, dass probieren, über studieren, ja? Ja, ja, klar. Bitte stirb. Nice. Keine Gegner? Ja. Lifebones. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.